In diesem Film lernen Sie einen hilfreichen Automatismus von Excel kennen, mit dessen Hilfe Sie sich das Kopieren von Formeln ersparen können. Wie Sie an dieser Formel erkennen, berechnet sich der Bruttopreis aus dem Nettopreis multipliziert mit 1,19. Angenommen, unsere Regierung beglückt uns nun mit einer Mehrwertsteuersenkung auf 2%. Dann müssten Sie in dieser Tabelle nur die Formel in der obersten Zelle ändern. Den Rest übernimmt Excel automatisch. Obwohl ich nur in der obersten Zelle die Formel geändert habe, finden Sie dennoch überall eine geänderte Formel. Gleichzeitig mit der Anpassung ist das Symbol für die Autokorrekturoptionen erschienen. Hier können Sie den Automatismus außer Kraft setzen. Entweder für die eben erfolgte Berechnung oder grundsätzlich. Erweitern wir das Beispiel um die Spalte Provision, die auf 5% des Bruttobetrages festgesetzt wird. Sobald Sie die Formel für die oberste Zeile eingegeben und bestätigt haben, wird Excel die Formel unaufgefordert für die restlichen Zellen nach unten kopieren. Damit das Ganze so rund läuft, muss dieser Automatismus aktiviert sein, was er im Normalfall auch ist. Zur Überprüfung wählen Sie im Office-Menü die Excel-Optionen und in der Kategorie Dokumentprüfung die Autokorrekturoptionen. In der Registerkarte Autoformat während der Eingabe finden Sie die gut versteckte Funktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017